Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4, hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, unsere Rübenmission hat man ja heute früh gesehen, ist erfüllt. Das wird alles noch für uns. Und dann schauen wir mal, wie weit es dann reicht. Kann man uns die Schweine anschaffen? Oder ob man uns vielleicht vorher doch das Feld anschaffen? Ich weiß noch nicht so recht, was ich mache. Wir könnten... Helfer ist fertig. Wer soll denn das sein? Das ist entweder die Sämaschine oder der Kalkstreuer. Aber der Kalksteuer hat der Kalk kann noch nicht gereicht, dann wird es fällt. Kredittechnisch haben wir uns natürlich auch schon, haben wir ja 1,95 Millionen schon aufgenommen. Wir werden noch Kredit kriegen, wie viel weiß ich nicht. Frage, ob wir uns das welchen holen. Keine Ahnung. Reisetechnisch ist alles geblieben, wie es ist. Feldtechnisch war es der Kalkstreuer auf der 1, der fertig war. Relativ wenig Kalk gebraucht dann für das Feld. Wundert mich ja so ein bisschen. Hätte ich eigentlich gedacht, dass der nicht reicht, eine Ladung. Der kippelt immer noch so auf. Na gut, ist immer noch die gleiche Aufnahme. Aber das kann ja nicht daran liegen, wie ich das Spiel gestartet habe. Also ja, sehr abenteuerlich. Gut repariert hat man ja, bevor wir jetzt das gemacht haben, können wir gleich so wegstellen. Wenn wir ihn reingekippelt kriegen. Oder vorher noch umschmeißen. Das ist ja furchtbar. Da verdreht sich der Kalkstreuer mit unserem Trecker nicht. Wir hätten natürlich auch die Rüben hier in Silo kippen können. Das, was wir nicht nutzen. So, was wir nun heute früh nicht mehr gemacht haben, sind... Wer kriegt das ordentlich weg? Okay, sind hier Bäume wegfahren. Wann mehr Licht an? So, angeschnallt sind sie alle. Eui, 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 eui. Ob das gut geht? Jetzt ist unsere Sämaschine auch noch leer. aber ich war jetzt trotzdem erst mal zum sägewerk und mich doch vielleicht festzufahren wenn ich überhaupt bis hin komme ich will sich vorher noch umschmeißen ich will dass man nicht so schlecht aussieht aber wenn wir dort angekommen sind ist das kalkwerk ist das holzwerk so verdammt klein so wir hatten ja gesagt wir fahren hier durch wenn wir ja richten eingang finden oder striegel so fertig und da hapert jetzt schon ist jetzt immer irgendwo hinten hängen geblieben was hängt jetzt aber hinten schon eine laterne weil wir sind vorne auch immer davor gefahren das reicht noch nicht aber das müsste reichen nee reicht nicht gibt noch kein geld mann 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 also abkuppeln wäre ich mit sicherheit nicht aber einfach nicht ja ich war noch mich Wenn ich jetzt hier was abschneide, das ist ja auch Wattstein. Wir könnten natürlich mal die Gurte lösen. Ah, da kriegt man so... Ah, komm, zieh, 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 noch ein Stück. Oh, das sollte doch reichen, oder? Genau, weg sind sie. So, hier ist auch fertig. Ach so, wir müssten uns ja erst um unsere Sähmaschine kümmern. Den können wir mal schnell drüber stellen, dass der abladen kann in der Zeit. Oh, er hat natürlich nicht alles reinkriegen. Das ist schon wieder... Das wird doch schon mal alles skippen sollen. Sagt gut, wer noch drin ist, aber der Dünger ist alle. Das ist ja wieder mal Düngerverbrauch hier an meinem Mann. Können wir gleich auf den Rückweg hier vorne das Stück machen. Und da schwindet wieder das Geld. Und da schwindet wieder das Geld. Da ist ja wiederholt. Ja, 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 wir müssen erst abklappen, weil wir können nicht Schritt 2 vor Schritt 1 machen. So, kannst du hier weiterfahren. Dorthin müssen wir. Ja, unser LKW ist voll und 8000 sind noch drin, also die holen wir uns mit Sicherheit. Dann werden wir die Mission abschließen, können wir hoffentlich noch die Dünger-Mission unsnacken. Da ist es ja noch mal 40.000, über 48, also Dünger geht ab. Wir hätten den JCP frei, da können wir das düngen, da brauchen wir keine Pflegebereitung, das ist ja nicht unser Feld. Wird alles soweit passen. Wir hätten nach dem Düngen fast 100.000 mehr auf dem Konto, mit jetzt der Rübenernte. Das ist ja so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, nochmal 8.001 Liter Oh, jetzt hat's hier und Fruchtstatus geändert auf Erntereif und dann könnte natürlich passieren, die Düngermission ist weg Das werden wir natürlich gleich sehen Dann sind natürlich auf unsere Felder alle eine Wachstumsstufe gestiegen können, die auch alle gedüngt werden Und ich hoffe mal, dass man hier unten noch striegeln könnte, dass das Unkraut nicht zu groß ist Oje, 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 wir fahren ja wieder hier ein Das Abenteuerliche Halt, zweimal Ne, Düngermission ist noch da Dann muss ich selber aussteigen So, die abschließen Düngermission, Vertrag akzeptieren Mit eigenen Geräten natürlich So, jetzt haben wir 5.500 auf dem Konto Und es sollte noch was hinzukommen Ach, der Striegel fährt noch Der war noch gar nicht fertig Da müssen wir auch mal gucken Ja, oben müssen wir ein bisschen nacharbeiten Am besten, wir nehmen den gleich raus Und fahren weiter hoch Ja, warum er das hier nicht gemacht hat Weiß ich nicht Das hätte sicherlich nicht gefallen Irgendwo ist da noch was In linker Hand Hier unten sieht man es schon Wird man hier auch einen ordentlichen Gasteertrag kriegen Das ist natürlich, jetzt haben wir jetzt ja mega viel zu düngen Feld 2 als Mission Unsere Felder sind Wachstumsstufe gestiegen So, die gedüngt werden können Ich hoffe mal, dass wir das alles noch Vorm Abend geregelt kriegen Aber ich denke mal schon Ich weiß jetzt nicht, ob wir unten auch Die Quere im Vorgewende brauchen Ich denke mal ja, weil da die Bäume stehen Da werden wir eins machen Na, wo kommt die Da vorne kommt die Unkraut Da vorne kommt die Unkraut Aber ich denke mal ja, weil das ist ja Da vorne kommt die Unkraut Ich denke mal ja, weil das ist ja Da vorne kommt die Unkraut Und dann müssen wir uns So, das ist ganz schön groß. Ich glaube, das war mir jetzt selber, weil ich jetzt hier einen Helfer reingedrückt hatte. Der andere Helfer ist hier noch die Sämaschine und der ist definitiv noch nicht fertig. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier striegeln können noch. Aber das glaube ich schon. Nicht, dass wir hier schon spritzen müssten. Ja, ja, Unkraut geht weg. Passt alles soweit. Werden wir bloß hier rüber einen Vorgewender machen. Das müsste eigentlich reichen, weil die Bäume stehen hier auch ein gutes Stück weg. Das fällt. Wir haben unsere Dünger-Mission. Das werden wir uns dann morgen früh am Sonntag eine erste Folge angucken müssen. Dass wir da das Feld 2 machen. Ob es einer Völker schafft, glaube ich nicht. Aber morgen am Sonntag schon. Das soll es für heute gewesen sein, für Samstag. Ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Also dann bis Sonntag. Bis dahin. Und tschüss.